Greetings, people of the interwebs und willkommen zum nächsten Wimmelbild bei Clocktales, die Geschichte von Glas und Ink. Wir brauchen drei Glühbirnen. Da haben wir eine, da haben wir noch eine und die nächste sehe ich nicht. Was ist das denn? Äh, spielende Schallplatte. So, jetzt brauchen wir nur die Schallplatte. Achso. Ähm, Manschettenknöpfe. Dann die Zahl zwölf. Brauchen wir die römisch? Ja. Eine Blume. Das ist doch eine Blume, oder? Nehmen wir die Blume. Das war das Bild. Okay, was bist du? Du bist Energiewürfel. Ein Monokel. Bist du das Monokel? Bist du das Monokel? Ähm, da ist die Kamera. Da ist das Fahrrad. Da ist der Zylinder. Dann brauchen wir noch ein Buch. Ein Buch. Äh, was war das denn? Ach, das war auch eine Glühbirne. Da ist das Monokel. Äh, was brauchen wir noch? Zwei Bücher, ne? Da haben wir noch ein Buch. Manschettenknöpfe und die Zeichnung. Achso, die Zeichnung müssen wir fertig machen. Okay. Dann brauchen wir noch die Manschettenknöpfe und ein Buch. Ist das denn ein Buch? Nein, das ist kein Buch. Wo sind die Manschettenknöpfe? Papagei, da ist das Buch. So, und jetzt brauchen wir die blöden Manschettenknöpfe. Das sind eigentlich sehr bonzig Manschettenknöpfe. Das ist ein Löffelchen. Das ist Pulverschere. Was waren das denn für Manschettenknöpfe? Eine Kamera haben wir gekriegt. Aber leider kein Stückchen Kreide. Das mache ich erst, wenn ich die Kapsel verbreite und die Bestellung abgestempelt habe. Okay. Hier ist wieder was. An der Brücke ist jetzt was. Ah, Fernrohr. Flasche. Hm. Was war jetzt... Was war von hier? Von hier aus kann ich Barber unbemerkt beobachten. Ich brauche etwas, um den Plan näher zu holen. Okay, dann gehen wir mal zurück zu Herrn Inc. Und sagen, bitteschön. Hast du jetzt die Kreide selbst? Ich wollte gerade sagen, du oller Sack. Wenn du die Kreide jetzt selbst gehabt hättest, ne? Ich hätte... Ich hätte dich durch Gemüse geschlagen. Zur Barbers Büro. Äh... Ist das hier irgendein Stift? Hier gibt es was zu tun und in der Fabrik. Achso, hiermit. Okay. Ist der Stift jetzt als Kreide gedacht? Ein Stück Kreide wäre hilfreich. Hm. Im Büro. Im Büro? Ein Hund im Büro? Da haben wir einen Magneten. Was bringt mir der Magnet? Da ist die Kreide. Beginne an einem beliebigen Punkt. Verbinde die Punkte und fahre dabei genau einmal über jede Linie. Okay. Oh Gott. Ne. Das war's schon. Kann ich... Wo kann ich zurücksetzen? Achso, okay. Oh, schön gemacht. Fangen wir hier an. So, dann können wir da hin. Aber hier gibt es keinen Weg zurück. Wenn ich erst die Außenlinie abfahre, bringt mir das... Was? So, warte mal, wenn ich dann da hin gehe. Dann da hin. Dann da hin. Dann da hin. Ja, das bringt mir das Zweilinie, bleibe ich übrig. Ach. Fangen wir in der Mitte an. So. 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 Na, da komme ich schon wieder nicht weiter. Ich komme hier aus... Doch, hier komme ich noch raus. Okay. Ich kann aber nur neu anfangen. So. Wir fangen hier an. Dann gehen wir hier runter. So. Wenn ich dann hier hingehe... ... ... Dann hier hin. Ich komme schon wieder dann aus der Ecke nicht raus. So, warte mal. Wir können aber so machen. Dann so. Wenn ich jetzt... Also den... Ich will quasi als letztes dann diesen Weg gehen. Das heißt, ich gehe dann hier hin. Ich komme aber hier nicht raus. Ich komme hier nicht raus. Ah. Ah, ist jetzt auch egal. Okay. Und dann gehe ich erstmal hier rum. Ich will immer noch diesen Weg hier als letztes gehen. Dann hier rum. Dann hier rum. Hier rum. Hier rum. Hier rum. Hier rum. Hier rum. Super. Wieder nicht geschafft. Alter. Wenn ich da anfange, dann gehe ich hier runter. Ist die nachgezeichnet. Damit ich dann hier lang gehe. Dann komme ich... Doch, da käme ich noch so raus. Aber ich komme dann hier nicht rum. Ich muss jetzt hier raus. So. Das wäre quasi meine letzte Linie. Dann müsste ich jetzt hier hoch. Dann hier hoch. So. Das ist meine letzte Linie hier. Warte mal. Wenn ich jetzt von hier aus da hingehe. Dann so. 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 Warte mal. Wenn ich jetzt... So. 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 Ne, ne, ne. Diese... Also ich muss quasi die, die, die und die und die Linie noch. Dann gehe ich so, so, so. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Ne. Schade. Fast geklappt. Fast geklappt. Die Idee war nicht schlecht. Da muss ich vielleicht nochmal dran arbeiten. So, warte mal. Wie war das denn jetzt nochmal? Scheiß, ich hab's vergessen. So. 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 Das sind jetzt meine letzte Linie. So. Das kann ich auch schon mal vergessen. Fangen hier an. Einmal hoch. Meine letzte Linie. So. 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 Warte mal, ich möchte so gehen. Da. Ich kann es auch anders machen, dass das mein letzter ist. Das geht auch natürlich unter das. Ähm. Wenn ich hierhin gehe, hierhin gehe, dann komme ich da nicht raus. Das heißt, ich müsste so, so. Dann komme ich da nicht raus. Wenn ich so gehe und so, dann komme ich hier nicht raus. Es ist doch zum Mäuse melken. So. 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 Das bringt mir nichts. So. 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 Starten wir mal neu. Was bringt mir das jetzt? Was ist das für ein Sabotageplan? So. Warte mal. Wenn ich jetzt, ähm, die Mitte... Ich glaube, die Mitte darf ich eigentlich so gar nicht direkt immer anfahren. So. Dann machen wir es so. Dann sind die Linien fertig. Dann müsste ich so, so. Könnte ich jetzt so fahren. So, so. Dann käme ich da nicht mehr raus. Wenn ich jetzt so, 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 so... Na, komme ich da auch nicht raus. Hm. Ich fahre jetzt einfach mal runter. Na, das bringt... Ah, doch. Ja, jetzt ist Schluss. Alter. Willst du mich eigentlich natzen? Ja, aufhör uns so rumzukrähen, du Krähe. Okay, wir fangen dann mal da oben einfach an. Das kommt da hin. So. 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 So, wenn ich jetzt ganz da rüber fahre. Ich mach das einfach mal. Wo kann ich da hin? Dann da hin, dann da. Dann da hin, dann da hin, dann... Da hin, dann da hin, dann da hin. Wunderbar. Hat ja noch geklappt. Hat ja noch geklappt. Hat ja noch geklappt. Ist so obviös jetzt. Das единeste, das zwischen uns und der Maschine steht, ist Barber himself. Ein mechanisches Mirriapart. We could use it to lure Barber out. Let's go. Locker Barber heraus. Wow, was war das für ein Plan des Sabotage-Arctes? Hi. I can fix it, but it needs a memory module and a tail. Okay, das heißt, wir müssen wahrscheinlich jetzt so ein Wimmelbild lösen gehen, im Lagerraum. Jawoll. Okay, jetzt müssen wir auch wieder Teile suchen. Ähm. Ich drück' gerade mal einfach so, was ich pauschal, was mir so ins Auge fällt. So. Ähm. Noch so ne. Sind das noch so kleine Schraubteile? Das Ding einmal. Was da mit? Das nehmen wir auch mit. Damit haben wir schon mal ein Teil fertig. Dann nehmen wir das mit. Dann haben wir das schon fertig. Jetzt brauchen wir noch so einen kleinen Greifzahn vorne. Warum leuchtet der eigentlich blau? Da. Okay, wir haben den Schwanz schon mal. Was ist hier noch was? Kann ich irgendwas sagen? Ach nee, es ist Diamant, ne? Das bringt nix. Okay, dann gehen wir mal zu. Obwohl, da ist auch was. Im Lagerraum ist immer noch was. Was ist denn noch im Lagerraum? Ach, da unten, das Ding. Ähm. Ja, ja, ja. Mit der Angelschnur. Ähm. So, was braucht er nochmal alles? Dekoration. Ich kann es fixen, aber es braucht ein Erinnerungsmodell und ein Zeichen. Dekoration. Ach so. Da soll ich was einsetzen. Haha, so. Kommt da jetzt der Vogel rauf? Nein. Okay. Hallo Zug. Dann müsste in der Fabrik noch was sein. Die kann ich mir nicht mehr gen... Was ist das denn? Barber bastelt sich... Der will wahrscheinlich irgendwas Erdbebenreif schießen. Erdbebenreif... Erdbebenreif machen. Und dann, äh... Ah, damit haben wir den Glaszylinder. Den wir brauchen. Okay. Äh, da hin, da hin. Ich mache das erst, wenn ich die Kapsel vorbereiten und die Bestellung abgestempelt habe. Der ist trocken, also brauche ich irgendwo Wasser her. Wo kriegt der jetzt Wasser her? Ist hier noch irgendwas? Nö. Nur hier ist noch was. Okay. But we still need a memory module. A memory module. Stempelkissen ist ausgetrocknet. So ein Pech. Können wir das mit irgends Stift machen? Ah. So, und ab dafür. Wunderbar. So, dahin haben wir dann ein Wimmelbild. Das machen wir aber beim nächsten Mal. Jetzt geht es wieder ein bisschen schneller voran. Da bin ich sehr glücklich drüber. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.